so und damit willkommen leute zu meinem foot champions premium upgrade pack leute 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 willkommen zu einem neuen video von mir wir machen das foot champions premium upgrade pack wie ihr hier gerade seht abonniert gerne diesen kanal es würde mich sehr freuen und lasst einen daumen auf das video nach oben da bevor sich welche den kommentaren beschweren dass ich bellingham abgegeben habe er kostet eh nur 40k und ja den kann ich mir auch so kaufen und ich brauche den absolut nicht ja leute ich bin ziemlich gehypt ich hoffe auf jeden fall also neymar wäre richtig geil oder ein map das ist ein 1 von 386 plus für champions spieler kriegen drei spieler zur auswahl 386 plus informs in rot neymar wäre so geil oder mbp wirklich die waren so geil also mbp wäre richtig geil ansonsten würde ich richtig gerne donneruma haben richtig richtig gerne wenn jeder würde ich mitnehmen und ansonsten weiß ich nicht haaland haaland wäre ganz cool ja schauen wir mal ich glaube ich mache r3 pick ja komm ich mache r3 pick das heißt ich mache die augen zu ihr könnt gerne zu hause auch die augen zu machen und ich sag dann wenn ich die augen aufmacht oder ihr schaut euch direkt an aufmacht ich ziehe ich mache die augen zu und öffne das pack leute lasst gerne daumen nach oben da ihr wisst bescheid und abonniert bitte 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 so wir gehen rein oh bitte eey bitte eey bitte eey bitte eey ich drücke r3 der erste führer ist leer ok eigentlich ganz geile werte oh nein ich habe es gesehen der zweite ist mount ich habe ich streame gerade und ich habe es gesehen der zweite ist mount aber den dritten habe ich nicht ganz gesehen den dritten habe ich nicht ganz gesehen oh gott man ich habe meinen stream angeguckt da habe ich gesehen dass ich das mount da war egal leao ist schon mal geil mount ist nicht so geil wer ist der dritte ich glaube der dritte war auch ein 86er und ich glaube das war nicht so geil vielleicht traurig ne vlachowitsch ja schlecht ach ja bruch echt schlecht ja aber leao ist eigentlich ganz geil so leao ist ok ja leute das war es mit dem video ja ich bin nicht so zufrieden 3 86er aus dem 86 plus pick ist echt sehr mau sehr sehr mau lasst gerne einen daumen nach oben da und abonniert diesen kanal und wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dahin macht's gut haut rein und ciao